Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Pizza Connection. Ja, wir fangen an, hier unsere Preise zu erheben, unsere Speisekarte zu füllen. Und zwar fangen wir an mit der Pizza Neapolitana. Ich gehe jetzt hier einmal auf die Infos von der Pizza. Infos zur Pizza Neapolitana, Kosten 2,54 Mark. Da können wir jetzt hier den Preis festlegen. Wir können uns die Verkäufe angucken und den gewinnen. Und natürlich auch die Beliebtheit bei Kindern, bei Jugendlichen, Arbeitern, Angestellten, Geschäftsleuten und Senioren. Hier sehen wir nochmal die Nährwerte, Fett, Süß, Salz und Scharf Anteile. Und natürlich das Aussehen, die Feinheit und den Trend. Ob irgendwas drin ist, zum Beispiel wenn jetzt irgendwie ein Zeitungsartikel erscheint und sagt, Karotten sind so gesund. Ja, dann könnte es sein, dass Karotten in den Trend geraten. Und wenn auf der Pizza Karotten ist, dann ist hier auch der Trend natürlich Plus. Beziehungsweise Minus, wenn es irgendwas gibt, was im Moment vielleicht nicht im Trend ist, dann ist doch die Pizza unbeliebter. Und hier natürlich die Imitation, wie viel haben wir jetzt hier an Prozent erreicht im Vergleich zur Originalpizza, zum Originalrezept. So, Pizza Neapolitana, ich würde sagen, wir würden immer das Doppelte nehmen von dem, was sie uns kostet, damit wir auch entsprechend Gewinn machen. Also hier bei 2,50 Mark haben wir genau 5 Mark. Dann haben wir bei Pizza Margherita, machen wir hier 4 Mark. Können das natürlich auch später noch erhöhen. So, Quadro Stagioni, machen wir 12 Mark. Andrea Doria, dann mache ich, komm, wir machen mal 11 Mark. Ist ja nicht ganz auf 4. Dann haben wir Salami Pizza. Relativ beliebt. Dann machen wir mal 10 Mark. Die Schinkenpizza, oh, hier bei Jugend, sehr beliebt. Ja, Schinkenpizza, juhu. Da könnte man natürlich auch den Preis da entsprechend hoch machen, denn wenn die Kinder dann quengeln oder die Jugendlichen, ja, dann sind die Eltern natürlich immer gerne bereit, dann auch ein bisschen mehr Geld zu bezahlen, weil der Kleine möchte das ja gerne. So, Schinkenpizza, 5,35, da machen wir mal 11 Mark. Hackfleischpizza, das ist ja das Gleiche. Machen wir auch mal 11 Mark. Wir sind super günstig hier. Die Hähnchenpizza, 4 Mark kostet die. Angestellte lieben sie. Senioren mögen sie überhaupt nicht und Arbeiter auch nicht. Ist wahrscheinlich noch zu gesund hier. Hier war der Vorbarn mit dem Hähnchen hier. Was ist denn, ich brauche richtig fett. Und die Senioren, wie soll ich denn das Hähnchen essen? Ich habe gar keine Zähne. So, da müssen wir natürlich gucken, dass wir das relativ hoch auch machen. Ich würde sagen, hier brechen wir mal mit der mal zwei Taktik und machen hier vielleicht knapp mal drei. Das heißt hier 9 Mark hätte ich hier gerne für. Krabbenpizza, da würde ich sagen, das Gleiche. Angestellte, Kinder mögen es nicht, dafür sind Senioren und Arbeiter. Da die Renten ja klein sind, würde ich sagen, machen wir ja, komm. Was machen wir denn da? Komm, wir machen mal 8 Mark. 8 Mark, komm. Bin ja human. Die Fischpizza. Geschäftsleute und Jugend hoch. Ach komm, wir machen mal 10 Mark. Ich bin ja nicht so, bin ja kein Umlensch. Die Muschelpizza, relativ teuer. Da würde ich sagen, weil auf Muscheln stehe ich nun wirklich nicht und die ist auch schön teuer in der Herstellung. Da machen wir mal 14 Mark für die Muschelpizza. Lachspizza. Okay, das ist auch in Ordnung. Da würde ich sagen, komm, machen wir auch mal 9 Mark. Pizza Exotica, 3 Mark 12 ist echt super und hier arbeiten Senioren, wieder 0. Da sind ja ganzen Äpfelstücke, da kann ich ja gar nicht verbeißen. Ich stelle mir gerade so einen alten Opa vor, wie der versucht hier so ein Apfelstück zu essen ohne Zähne. Habt ihr schon mal gesehen? Also ich weiß nicht, dieses Bild habe ich gerade im Kopf. Wie man so auf dem Apfel rumlutscht. Naja, Pizza Exotica, da bin ich ja auch morgen noch kraftvoll zu grau. So, ja, Angestellte sind da beliebt. Komm, 9 Mark. 9 Mark, das wird schon in Ordnung sein. So, Gemüsepizza, 10 Mark. Und dann haben wir das auch schon. Sehr gut. So, 19.30 Uhr. Hier sehen wir auch Gemüsepizza nicht im Trend, minus 8. Ich würde sagen, dann kaufen wir nochmal schnell ein, bevor die Läden zumachen. Hier, ganz kurz vorher nochmal rein. Und zwar gehen wir zur Einrichtung in Ausstattung. Und als erstes würde ich gerne ein Küchengerät kaufen, damit wir die Pizza auch backen können. Hier gibt es Lieferanten. Einmal, ja, für den kleinen Geldbeutel, beziehungsweise für das kleine Sparschwänchen. Dann haben wir den Backöfen. Von, ja, billig wahrscheinlich hier. Dann den Steinöfen und die Elektroöfen. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das alle an. Also Backöfen, die sind natürlich relativ schlecht von der Qualität. Hier haben wir Bratrost klein. Ja, Preis 800 Mark. Was daran 800 Mark kosten soll, weiß ich nicht. Also Bratrost mit ein bisschen Feuer drunter. Ich weiß es nicht. So, Kapazität zwei Stück ist schlecht. Backzeit 15 Minuten ist auch schlecht. Qualität 20 ist ganz schlecht. Also das Ding, ja, möchte ich am liebsten überhaupt niemals sehen hier in meinem Laden. Dann haben wir den kleinen Backofen. Preis 1500 Mark. Kapazität zwei Stück. Backzeit 14 Minuten. Qualität 38 ist schon ein bisschen besser. Aber, naja, nicht wirklich gut. Dann das Ganze in groß. Ja, Qualität ändert sich hier nicht. Ja, es gibt halt nur doppelt so viel Kapazität. Alles andere bleibt hier relativ gleich. Also Backöfen würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. So, dann haben wir Steinöfen. Die haben zwei Sterne. Das, ja, kann man so oder so sehen. Also der Steinofen Klein hat hier eine Qualität von 58. Und auch der große Steinofen 58 kapazität vier Stück. Backzeit 12 Minuten ist schon ein bisschen besser. Wenn ihr Qualität haben wollt, dann empfehle ich euch hier wirklich den Exklusivofen Klein. Da könnt ihr also Original-Steinofen-Pizza backen. Qualität 85. Aber halt nur zwei Stück in elf Minuten. Und der Preis ist ja auch ganz schön gesalzen. 7000 Mark. Nur falls ihr Qualität braucht. Also dieser Exklusivofen Klein. Das ist euer Ofen der Wahl quasi. Ich bin aber absoluter Fan vom Elektroofen. Und zwar haben wir hier einmal sowieso mehr Kapazität. Sechs Stück beim großen Elektroofen. Backzeit sind hier sensationelle acht Minuten. Und die Qualität ist 70. Also richtig gut. Und ich würde sagen, da leisten wir uns auf jeden Fall mal hier einen großen Elektroofen. 95.097 hatten wir. Jetzt kriegen wir die Rechnung. Für 1001 Pizza Nummer 1. Einrichtung. Elektroofen groß. 15.000 Mark. Danke für den Einkauf. Ist das schwer. Ich stelle mal hier in die Ecke. Feierabend. Jetzt muss ich mir erstmal ausruhen. Ja, haben wir den Ofen gekauft und sind jetzt hier bei 20.000 Mark angekommen. Oh Mann. So. Sechster, dritter. Wunderbar. Wir haben noch einen Tag Zeit für die Einrichtung. Bevor wir jetzt dann entsprechend auch unsere Angestellten einstellen. Wie gesagt, wir warten immer eine Woche ab, bis hier der Lohnzettel dann entsprechend kommt. Also es wäre jetzt fatal, wenn wir direkt Lohnkosten hätten. Weil mit den 20.000 Mark müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Denn wir müssen auch Ausstattung haben. Wir brauchen ja irgendwas, wo die Leute sich hinsetzen können und wo sie sich dransetzen können. Sie können ja die Pizza nicht unbedingt auf den Schoß nehmen. So, wir haben jetzt hier Secondhand-Möbel über Modern Living und Restaurantmöbel AG bis hin zum Luxus-Möbelstückchen. Geht also jetzt hier von unter einem Stern, also Secondhand, bis auf fünf Sterne hoch. Auch Luxus-Möbel. Die kann man sich natürlich immer anschauen. Kaufen kann man sie nicht. Wenigstens nicht mit 20.000 Mark. Dann haben wir hier den Stuhl Miss Marple. Strip Stuhl Gelb. Also zum Strippen sozusagen. Das Ganze im Blau. Und hier Marmortisch Oval. 15.000 Mark. Oder den Royal für 12.500 mit echtem Goldrand. Und das muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Also ich denke mal, die Berliner hier in diesem Spiel. Also ich rede, wenn ich von den Berlinern spreche, immer nur von den Berlinern hier in diesem Spiel. Die fiktiven Berliner. Die haben ja nur so eine durchschnittliche Erwartung von Qualität. Da würde ich auch hier die durchschnittlichen Restaurantmöbel halt nehmen. Restaurantmöbel AG ist eigentlich das, was ich immer nehme. Da haben wir hier den Tradizio Romano. Preis 180 Mark. Den Klassik Hell für 260. Klassik Gelb für 240. Klassik Blau für 250. Und Cappuccino für 950. Siciliano für 1400. Cityline für 750. Und Skyline für 650. Ist natürlich jetzt so Mittelklasse. Ich würde sagen, damit es nicht ganz so teuer wird. Sollten wir uns aussuchen. Vielleicht einmal hier den Tradizio Romano. Da nehme ich jetzt einfach mal 20 Stück. Machen wir mal 24. 24 Stühle. Macht natürlich dann für die Schnellrechner 12 Tische. Dann nehme ich mal hier den Cappuccino. Macht 15.720 Mark. Und wir haben noch 5.000 Mark übrig. Oh wei, oh wei. So, und dann richten wir mal unser Restaurant ein. Ich würde sagen, hier passen ja locker zwei Tische hin. Ich würde natürlich gucken, dass wir jetzt hier nicht den Weg verbauen zur Küche. Und zum Eingangsbereich, dass wir hier so ein bisschen Weg lassen. Hier können wir vielleicht den Tisch so rumstellen. Ja, dass das hier noch eine Zweiersitzecke ist. Wird natürlich jetzt so ein bisschen Sardin mäßig sein. Aber es ist notwendig, weil ich will hier ja zwölf Tische unterbringen. So, ach, vielleicht hätte ich hier noch vier hinstellen können. Mist, so, egal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Dann will ich hier noch einen Tisch haben. Und hier oben. Muss ich auch mal gucken, wie ich das mache. Dann komme ich da erstmal in die Stühle ran. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal oben. Und dann hier unten. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, ups. Oh, den hätte ich drehen müssen. Egal. So, jetzt der Tisch. Da, gucken wir mal, ob wir die hier dran bekommen. So. Nein. Hab ich mich verklickt. Ich stelle sie einfach mal so in den Raum. Die können wir gleich richtig ran schieben. Da, wo sie hinkommen, stelle ich sie hin. Na. Komme ich dran. Naja, ich stelle wahrscheinlich die Stühle nicht ganz richtig. Na, so. Aber jetzt hat es geklappt. So, erstmal rein. Und dann schieben wir es noch ein bisschen rum. Weil wir haben schon 17 Uhr. Oh wei. So, mit Doppelklick kann ich den wieder aufnehmen. Und muss natürlich hier schauen, dass ich die Stühle auch relativ nah unter oder dicht unter den Tisch platziere. Damit hier auf jeden Fall Platz für zwei Leute mit zwei Stühlen steht. Weil wenn ich hier dran klicke auf den Tisch, dann sehe ich hier, wie viele Stühle da dran stehen. Hier zum Beispiel werden vier Stühle gezählt. Das geht natürlich gar nicht. Also insofern muss man natürlich ein bisschen hier mal gucken, wie weit man Abstand halten kann zu den anderen Tischen. So, dauert ein bisschen. So, dass wir auch maximale Platzersparnis haben. Zack. So, da sind auch zwei Stühle. So, hier können wir auch nochmal wieder einen Tisch hinstellen. So, ich hoffe, dass es gerade so hingeht. Ich will nicht den Ausgang blockieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hoffentlich geht das. Dann mal das hier haben wir so ein bisschen Durchgang. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich befürchte, nein. Vielleicht mache ich dann oben nochmal ein bisschen Platz. So, komm, ich stelle mir die Stühle erstmal hier weg. So. Mal gucken, ob wir den Tisch noch ein bisschen mehr ran kriegen. Ja, das hat gut geklappt. Oh, und den ganzen Tag hier nur Tische rücken gemacht. So. Der siebte Tag. Und dann geht es weiter hier mit Tischlein rück dich. So. Okay, das hat geklappt. Ich setze den Tisch auch mal hier oben dran, oder? Oder hier hin? Vielleicht. Die Stühle nochmal hier. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen so Millimeterarbeit. Sollte aber funktionieren. Ja, wenn man sich nicht selbst den Tisch jetzt in den Weg stellt. Oh Mann, ey. So. Vielleicht kennt ihr das ja. Wenn ihr mal so eine Riesenparty plant. Wo einfach definitiv zu viele Leute eingeladen wurden. So. Oh Mann. Vielleicht können wir das hier nochmal ein bisschen in die Mitte bringen. Dass die Leute dran kommen. So. Schwupp. Und dann erstmal den Stuhl hier dran. Dann den Tisch. Yo. So, da haben wir doch ein bisschen was gekonnt. Ich denke mal, das ist okay. Hier können wir das Ganze noch ein bisschen auseinanderziehen. Dass die Leute nicht total eine Panik hier bekommen. Totale Platzangst in dem Laden. Vielleicht sogar wieder schreiend rauslaufen. Das muss ja nicht sein. So. Das ist schön in die Mitte. Das können wir auch dann gleich nochmal korrigieren. Mir ist jetzt wichtig, dass überall an jedem Tisch zwei Stühle stehen. Und das kontrollieren wir jetzt natürlich. In dem Sinne, dass wir jetzt gleich jeden Tisch nochmal anklicken. Oh wei. Was habe ich jetzt gemacht? Und dann gucken, dass da auch zwei Stühle stehen. Einmal, zweimal. Das ist auch ganz okay. Ich gehe mal so leicht nach oben vielleicht. Sieht auch ganz gut aus. Dass er noch so ein bisschen Durchgang hat. So. So ein bisschen wie die Orgelpfeifen. Aufgebaut. So. Das sieht doch ganz gut aus. Entzerrt das Bild ein bisschen. So. Dann gucken wir mal. Also fangen wir oben an. Platz für zwei Leute mit zwei Stühlen. Das ist richtig. Zwei Stühle ist auch richtig. Zwei. Also ich lese das immer hier. Damit er nicht meint. Ich hätte sie jetzt nicht mehr alle. Also ich schaue mir mal, dass hier zwei Stühle stehen. Zwei, zwei, zwei. Okay. So. Das ist wunderbar. Jetzt brauchen wir natürlich. Wir haben Ofen. Wir haben Stühle. Wir haben Tische. Ein bisschen Deko wäre nicht schlecht. Dass die Leute nicht abhauen. Ich habe aber nicht mehr viel Geld. Weil 5000 Mark. Wir müssen auch noch das ganze Essen kaufen. Oh wei. So. Daniel Dekorationen. Bieten Springbrunnen. Ziermauern und Kerzen an. Brunis Blumenhaus. Hat hier eine Tischpflanze. Bodenpflanzen haben die auch noch hier. Können wir auch kaufen. Und Videogames und Flippers bieten. Auch hier Lace Invaders. Stars Invaders. Tetris. Die Version 598. Turrican 8. Ja. Ja. Also ist natürlich bei Turrican angelehnt. Und Turrican 8. Ja. Weil es Turrican ja immer wieder mit neuem Versions Ding hier nochmal neu verkauft wurde. Aus meiner Sicht. Pizza Connection. Natürlich hier für 5000 Mark. Wobei das ja noch nicht reicht. Also ich hätte das hier deutlich teurer gemacht. Und natürlich so ein schöner Flipper Automat. Space Dream. Final Fight und Hyper Mega. Wunderbar. Also Flipper. Direkt neben den Leuten die in Ruhe ihre Pizza essen möchten. Wunderbare Idee. Und A und C Unterhaltung. Da gibt es hier die Musikbox. Wo man natürlich italienische Musik abspielen kann. Und den Fernseher mit Antenne, Kabel oder Satellit. Das ist auch wunderbar. Können wir uns aber im Moment alles nicht leisten. Wir können aber hier so eine Tischdeko vielleicht mal in Kerzenform holen. Wir sagen, machen wir mal 12 Kerzen. 120 Mark. Haben wir vielleicht gerade noch so. Und stellen hier auf jeden Tisch eine schöne Kerze. Dann können wir vielleicht auch das Licht ausmachen. Ja, um Energie zu sparen. Aber wir verkaufen das den Leuten als romantisches Ambiente natürlich. So. Und nicht, dass wir jetzt kein Geld mehr haben für Strom. So, dann hätten wir das. Wir können natürlich hier auch noch den Bodenbelag ändern. Aber wie gesagt, wir haben 4950 Mark. Das heißt, wir müssen jetzt erst mal die ganzen Vorräte kaufen. Da gehen wir natürlich hier drauf. So, dann gucken wir uns doch mal das Vorratslager an. Unsere 1001 Pizza Nummer 1. Wir haben eine Kapazität von 49.680 Einheiten. Belegt 0. Hier haben wir Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch und Käse und Gewürze. Hier ist man auf Gemüse. Da gibt es natürlich verschiedene Anbieter bzw. Lieferanten, wo wir gleich aussuchen sollten. Hier sehen wir einmal die Zutaten, die wir für unsere Pizzen brauchen. Alles, was hier mit einer Zahl versehen ist, das ist überhaupt aktiv. Also zum Beispiel Spinat haben wir jetzt auf gar keiner Pizza drauf. Deswegen wird auch hier Bedarf gar nicht angezeigt. Hier sehen wir die Qualität, den Vorrat und den Bedarf. Und ich würde sagen, wir gucken mal nach den Lieferanten. Ungefähr mittlere Qualität will ich haben. Also Qualität so 50 plus. Das wäre schön. Natürlich jetzt im Durchschnitt. Wir haben jetzt also hier einmal Gammelgemüse mit Qualität 20. Das ist also gar nichts für uns. Ist zwar billig, aber das möchte ich natürlich den Leuten nicht anbieten. Dann Gunners Gemüse GmbH. Qualität 35 ist bei mir auch raus. Ich fange an hier mit Fast Food International. Hat zwar auch nur einen Stern, aber Qualität 40. Dafür vielleicht auch etwas günstigere Preise. Grünmanngemüse ist genau in dem Bereich, wo ich hin möchte. 50 in der Qualität. Und dann als drittes Grunewaldgemüse. Die haben Qualität 60 und auch noch moderate Preise. Die würde ich halt immer gerne vergleichen. Und da habe ich was vorbereitet. Und zwar einmal eine Tabelle. Die haben die HU fünf schild持ent. Dann denke ich ehrlich gesagt. Da habe ich mich zum Schluss geschenkt. Auf und da haben Sie sich das Infinde. Und dann sind die Hoppen.